Jesse's Anime Corner! Dabei ist der eine der etwas verrücktere, Bokei genannt, und der andere der ernstere, der auf die dummen Aussagen des Bokei eingeht, Tsukomi genannt. Dies wird dann in Alltagssituationen so benutzt, dass der Bokei irgendeinen Unsinn sagt oder macht und der Tsukomi direkt darauf eingeht. Gute Beispiele aus in der letzten Folge genannten Anime wären Shinpachi aus Gintama oder Himeko aus Skatdance. Als nächstes hätten wir Cosplay. Cosplay bedeutet Costume-Play, also Kostümspiel. Dabei zieht man sich wie Charaktere aus Anime, Manga oder Videospiel an und ... tja ... zeigt es anderen einfach. Dabei können die Kostüme einfach gekauft sein oder in tagelanger, liebevoller Arbeit selbst gemacht sein und können von der Qualität her so ziemlich von der letzte Dreck bis zu einer 1 zu 1 Kopie des Originals schwanken. Anlässe für Cosplays können verschiedene Conventions sein, vorzugsweise natürlich Anime-Conventions, doch auch zu anderen Conventions oder sonstigen Ereignissen, wo im Endeffekt viele Leute kommen, werden auch Cosplays getragen, wie zum Beispiel der Gamescom oder dem Japan-Tag. Kommen wir zum Begriff Chibi. Chibi bedeutet klein auf Japanisch und das ist auch was es ausmacht. Chibis sind kleine Figuren mit verhältnismäßig großen Köpfen, die süß und oder witzig rüberkommen sollen. Hierbei werden zwar alle Äußerlichkeiten zum Original ziemlich gleich gehalten, zum Beispiel Haare oder Kleidung, nur ist der Körper viel kleiner und der Kopf ist in etwa genauso groß wie der Rest des Körpers. Als Beispiel für ein Chibi könnte man auch mein Bild nehmen, was hier immer zu sehen ist. Der Kopf ist zwar nicht so groß wie der Körper, aber mein Kopf ist sicher auch nicht genauso groß wie mein Torso alleine. Chibis werden zum Zweck der Verniedlichung verwendet, aber auch um etwas witzig zu gestalten. Selten wird auch mal ein Anime komplett im Chibi-Format gehalten, wobei es auch immer Ausnahmen gibt, z.B. das aktuell laufende Spin-Off von Naruto, Naruto ST Rock Lee no Saishun Full Power Ninden, in dem Lee die Hauptrolle spielt. Nun der Anime mit dem Buchstaben C, Clannet. Clannet fällt unter die Kategorien Drama, Fantasy und Romance und ist mit zwei Staffeln A23 und 24 Episoden abgeschlossen. In dem Anime geht es um Tomoya Okazaki, einem Hochschüler im letzten Jahr, der sein Leben nicht mag. Seine Mutter starb als er noch jung war, wodurch sein Vater Alkohol und spielsüchtig geworden ist. Tomoya hängt die meiste Zeit bei seinem Freund Yohei Sonohara rum, da er seinem Vater fernbleiben möchte. Zu Beginn seines letzten Schuljahres lernt er das schüchternde Mädchen Nagisa Furukawa kennen, welches den Dramaclub an der Schule wiedereröffnen möchte, um ein Theaterstück aufzuführen. Da Tomoya nicht gerade viel zu tun hat, beschließt er ihr zu helfen, wodurch er nach und nach immer mehr Mädchen kennenlernt und ihnen auch bei ihren Problemen hilft. Dieser Anime ist für mich der beste Drama-Anime, den ich bisher gesehen habe. Die Stimmungsschwankungen des Animes sind auch genial, sodass es zum Anfang einer Episode noch alles fröhlich sein kann, doch zum Ende hin enthüllt sich irgendwas Dunktes, womit wieder die Dramatik steigt. Der Anime ist immer in einige Abschnitte unterteilt, wo es dann über mehrere Folgen über die Probleme eines Mädchen geht, Tomoya und Nagisa zusammen erledigen. Dieser Anime basiert auch auf den gleichnamigen Dating-Sim, auf den anschließend erst ein Light-Novel, dann ein Film und schließlich auch der Anime folgte. Der Film verhandelt in etwa die Ereignisse des Animes ab, ist aber nur auf Nagisa fokussiert. Dieser wunderbare Anime erhält von mir die Wertung Dango Dai Kaizuku. Kommen wir nun zum Buchstaben D. Als allererstes kommt, passend zum eben vorgestellten Anime, das Genre Drama. Ein Genre, bei dem auf Gefühle viel Wert gelegt wird, doch anders als bei Romance geht es hier nicht nur um Liebe, sondern eher um negative Themen wie Krankheiten, Gewalt oder Tod. Die Charaktere werden dabei relativ realistisch mit ihren Gefühlen dargestellt, die dann auch im Mittelpunkt stehen. Drama kann hierbei mit vielen anderen Genres kombiniert werden, z.B. Crime-Drama, mit Verbrechen und Gesetzen, Historical-Drama, mit Ereignisses der Vergangenheit wie Kriege oder auch Comedy-Drama, bei dem ein gutes Gleichgewicht zwischen Humor und Ernst beibehalten wird. Der nächste Begriff ist Dojinshi. Hierbei handelt es sich um selbstgemachte Werke von anderen existierenden Werken, die von der Handlung sehr extrem abweichen können. Z.B. kann im Original ein Charakter ganz schüchtern sein, im Dojinshi ist er dafür dann der größte Weiberheld. Übernommen wird nur das Aussehen des Charakters, sodass man erkennen kann, um wen es sich dabei handelt. Auch sicher ein beliebtes Dojinshi-Thema ist es, Beziehungen so zu verdrehen, dass zwei Wunschcharaktere zusammenkommen, die im Original vielleicht nicht viel miteinander zu tun hatten. Um die Dojinshis auch unter die Leute zu bringen, gibt es in Japan zweimal im Jahr das sogenannte Comic-Cat, kurz für Comic-Market, bei dem Zeichner ihre Dojinshis verkaufen können. Zwar wird es sicher immer irgendwelche Copyright-Probleme mit Dojinshis geben, aber dafür wurden durch Dojinshis schon mehrere gute Zeichner gefunden, z.B. der von Hunter x Hunter oder von Atsumanga Daioh. Einige schon bekannte Zeichner veröffentlichen auch weiterhin Dojinshis auf dem Comic-Cat, z.B. der von Lafina oder von Peacemaker Kurugane. Der letzte Begriff für heute ist Dragon Ball. Man wird sich denken, das ist doch ein Anime! Aber Dragon Ball wurde hier nicht als Anime reingenommen, sondern eher wegen seiner Bedeutung. Dragon Ball war mit Sailor Moon und Pokémon der Anime, der in Deutschland den Anime-Boom erst so ziemlich entfacht hat. 1999 erschien es auf RTL 2 und bannte seitdem Millionen Menschen in Deutschland in seinen Bann. Auch ist es für viele der Inbegriff des schonen Anime. Son Goku, der immer am Kämpfen ist und immer stärker wird, um noch mehr zu kämpfen. Ach, wer hat damals nicht auch mal versucht, ein Kamehameha abzuschießen oder sich vorgestellt, was er sich von Shenlong wünschen würde? Ich finde, auch heute ist Dragon Ball, und Dragon Ball ist natürlich auch, einer der besten Anime, die es gibt. Außerdem bin ich der Meinung, man kann sich nicht einen wahren Anime-Fan nennen, wenn man nicht zumindest weiß, was die Dragon Balls sind, wer Son Goku ist und dass ein Kamehameha nicht das gleiche wie ein Hadouken ist. Zum Abschluss noch ein Anime, und zwar Dr. Slump. Gehört zu den Genres Comedy, Adventure und Science Fiction und ist mit 243 Episoden und später nochmal 74 Episoden abgeschlossen. Senbei Norimaki, ein Erfinder im Pinguindorf, erhofft sich, ein perfektes Robotermädchen zu bauen, doch sein Pinocchio-Spiel hat nicht so gut geklappt, wie er dachte. Seine Erfindung, die Ara lehnt, mag zwar eine monströse Stärke haben, doch ist sie sehr kurzsichtig und auch ziemlich naiv. Der Anime dreht sich um das Leben der Familie Norimaki, die nach und nach immer größer wird, z.B. durch sein bis spätere Frau, deren gemeinsames Kind und kleine fliegende Wesen. Da Arai nicht gerade die hellste im Kopf ist, missversteht sie sehr viel und erzeugt so auch einen gewissen Grad an Humor im Anime. Der Manga wurde von Akira Toriyama gemacht, sprich dem Zeichner von Dragon Ball, und war sein erstes großes Werk, dem direkt im Anschluss dann auch Dragon Ball folgte. Vom Anime gibt es zwei Versionen, einmal die ältere, die damals 1981-86 in Japan lief, und eine neuere, die von 1997-99 in Japan lief und auch später zu uns kam. Beide handelten die Ereignisse des Mangas ab, doch wie man es von Toriyamas Werken kennt, werden einige gerne mehrmals gezeigt. Man sieht Dragon Ball Kai. Dieser Anime bekommt von mir die Wertung, zerstörtes Polizeiauto. So, das war's auch schon mit dem Buchstaben C und D. Wieder mal viel gelernt, doch nun seid ihr an der Reihe. Für die nächste Folge möchte ich eine Fragerunde rund um Anime machen, seien es Fragen zu den Anime selbst, meiner Meinung oder zu irgendwelchen Begriffen. Es können auch mehrere Fragen pro Person sein, einfach was euch gerade einfällt. Also dann stellt viele Fragen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.